In diesem Video möchte ich dir anschaulich zeigen, wie man auf die Produktregel bei der Ableitung kommt. Und wir starten direkt und schauen uns erstmal nochmal an, wie man die Ableitung denn sehen kann. Wir brauchen folgende Sichtweise auf die Ableitung, nämlich, wenn du hier diese Näherung siehst, dann steht auf der rechten Seite die Veränderung von der Funktion, wenn ich den x-Wert ändere. Also da steht ja x plus h einmal und einmal x. Das heißt, diese Differenz misst genau die Veränderung von meiner Funktion g, wenn ich das Argument x ändere. Und die Ableitung hat folgendes damit zu tun. Sie kann diese Veränderung ungefähr messen, nämlich durch Ableitung mal die Veränderung des Arguments, das h. Diese Sichtweise habe ich schon mal in einem anderen Video ausführlicher erklärt. Das habe ich dir oben verlinkt. Da geht es um die Kettenregel, wie man die entdeckt. Und diese Sichtweise, die brauchen wir jetzt eben auch hier, um die Produktregel zu verstehen. Also Veränderung der Funktion ist gegeben durch Ableitung mal Veränderung des Arguments. Für die Produktregel schauen wir uns eine Funktion an, die eben ein Produkt ist, aus zwei anderen Funktionen, in dem Fall jetzt u und v. Und damit wir das Ganze ein bisschen besser sehen können, müssen wir uns erstmal überlegen, ja wie können wir denn ein Produkt visuell darstellen. Und das ist relativ einfach. Man kann ein Produkt sehr gut durch ein Rechteck darstellen, bei dem eine Seite eben jetzt u von x ist und eine eben v von x. Dann ist das Produkt von u von x und v von x eben genau die Fläche von diesem Rechteck. Wenn wir multiplizieren, dann können wir es immer als Fläche ansehen. Aber diese Fläche, die ist jetzt halt variabel, weil wenn wir x verändern, dann ändert sich ja auch u und v und damit dann auch die Seitenlängen des Rechtecks. Das heißt, wir können die Fläche dann damit verändern. Und wir wollen jetzt eben rausfinden, okay, wie ändert sich die Fläche näherungsweise, wenn wir jetzt x verändern. Das heißt, wir ändern x um genau h und dann landen wir bei u von x plus h und v von x plus h. Also unten ändert sich die Länge von v und an der Seite ändert sich eben die Länge von u. Und dann kriegen wir eben ein neues Rechteck, dessen Fläche ist jetzt anders. Und diese Veränderung beschreibt im Prinzip dann nachher die Ableitung unserer Funktion f. Dazu erinnern wir uns jetzt, dass die Änderung von u gegeben ist durch die Ableitung von u mal der Änderung von x. Also das heißt, der obere Teil da oben, der jetzt sozusagen dazugekommen ist, der ist ungefähr u' von x mal h. Und der Teil, der da rechts dazugekommen ist bei der Länge, der ist ungefähr v' von x mal h. Mit diesen beiden Termen können wir jetzt die Veränderung des Flächeninhalts gut beschreiben. Wir haben einmal hier oben ein Rechteck, das sozusagen dazukommt und dessen Fläche kann man sehr einfach ausrechnen durch u' von x mal h mal v von x, weil das eben die Breite und Länge von diesem Rechteck jeweils sind. Oben ist noch ein bisschen was ausgespart, das soll andeuten, dass u' von x mal h nicht ganz genau die Differenz zwischen u von x plus h und u von x angibt, sondern halt nur näherungsweise. Aber das, was wir oben nicht mit dabei haben, ist vernachlässigbar, also sehr wenig. Schau mal, ob du das verstanden hast. Wie sieht es denn bei dem anderen Rechteck hier aus? Wie kann man das mit Hilfe von den hier stehenden Termen ausdrücken? Ja, das wäre einfach u von x mal v' von x mal h. Die Länge ist v' von x mal h und die Höhe oder Breite ist u von x. Und jetzt fehlt noch so ein kleiner Teil da oben, den markieren wir mal gelb. Der wäre jetzt eben u' von x mal v' von x mal h², weil wir eben die beiden Terme u' von x mal h und v' von x mal h multiplizieren müssen dafür. Damit haben wir jetzt die Veränderung von unserem Flächeninhalt beschrieben, also von unserem Funktionswert f, weil der misst ja quasi den Flächeninhalt von diesen Rechtecken. Und jetzt erinnern wir uns wieder, die Ableitung misst ja sozusagen die Veränderung der Funktion. Oder anders gesagt, die Veränderung der Funktion ist Ableitung mal der Änderung des Arguments. Wenn wir jetzt also uns nur die Veränderungen anschauen, dann sehen wir, können wir sozusagen f von x plus h minus f von x, die Veränderung der Funktion f, folgendermaßen ausdrücken, zumindest näherungsweise, indem wir einfach diese Veränderungen aufsummieren. u' von x mal v' x mal h plus u' von x mal v' x mal h plus u' von x mal v' x mal h². Das können wir jetzt noch so umformen, dass wir überall das h ausklammern. Dann erhalten wir folgenden Term. Der sieht so ähnlich aus, nur dass wir jetzt eben das h ausgeklammert haben und in der Klammer steht jetzt noch u' von x mal v' x plus u' von x mal v' x plus u' von x mal v' x mal h. So, und dieser allerletzte Term, der von dem gelben Flächenstück kam, den können wir jetzt noch vernachlässigen, weil wir arbeiten hier immer mit h nahe genug bei 0. Also wenn h sehr nah bei 0 ist, dann ist h einfach eine sehr kleine Zahl. Das heißt, wenn wir nur die Klammer anschauen, dann wird der letzte Teil eben umso kleiner, je kleiner das h wird. Deshalb können wir den sozusagen auch nochmal vernachlässigen und sagen, ungefähr haben wir jetzt, dass die Änderung von der Funktion f gegeben ist durch u' von x mal v' x plus u' x mal v' x und das Ganze mal h. Und daraus können wir jetzt eben ablesen, dass das, was in der Klammer steht, eben f' von x sein muss. Ganz einfach, weil die Änderung der Funktion muss ja näherungsweise die Ableitung mal der Veränderung von x sein. Und nichts anderes steht ja hier, nur dass die Klammer jetzt eben die Ableitung von f sein müsste. Daran denken, das hier ist nur eine Plausibilitätsbegründung, das ist kein echter Beweis, dass es jetzt so sein muss. Aber damit kann man sich eben überlegen, ah, okay, die Ableitung von der Funktion f, die als Produkt von u und v gegeben ist, muss gegeben sein durch u' von x mal v' x plus u' von x mal v' x. Merkt man sich ganz einfach, einmal ableiten mal stehen lassen plus stehen lassen mal ableiten. Jede der Funktionen muss einmal abgeleitet werden und man multipliziert dann noch mit der anderen Funktion, die man eben nicht abgeleitet hat. Wenn du jetzt noch Videos suchst, in denen dir gezeigt wird, wie du diese Ableitungsregeln anwenden kannst, um bestimmte Funktionen abzuleiten, dann empfehle ich dir meine Playlist Grundlagen der Differenzialrechnung. Da erkläre ich dir sowohl, wie du die Ableitungsregeln anwendest, als auch wie du sie entdecken kannst. Das ist jetzt so, wie du die Ableitungsregeln anwenden kannst, um die Ableitungsregeln anwenden kannst, um die Ableitungsregeln anwenden kannst. Das ist jetzt so, wie du die Ableitungsregeln anwenden kannst, um die Ableitungsregeln anwenden kannst, um die Ableitungsregeln anwenden kannst.